Servus und Mahlzeit Leute, ihr seid wieder bei uns im Studio, Rapper, Rhymes, Rackets. Heute gibt es wieder 16 Bars für euch von unserem Channel, ihr wisst ja Bescheid, wir haben heute einen Beat von Mario Winans, R&B mäßig, ihr wisst. Zieht euch wieder rein, habt wieder viel Spaß damit und bis nächstes Mal, gell? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.